Klar dürft ihr auch in euren Oldtimer ein Zubehörradio verbauen. Voraussetzung ist jedoch, dass ihr mit dem Einbau des Radios in die Armaturentafel und etwaiger Einbau von Lautsprecher in die Türinnenverkleidung oder die Hutablage die gesamte Optik des Fahrzeuges nicht zerstört. Es muss ein harmonisches Gesamtbild entstehen. Es muss zeitgenössisch sein.